Hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von und mit Thomas Iver Garage. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe das Intro zu diesem Video schon mal gedreht, aber es hat sich zwischendurch noch so ein, zwei Geschichten ergeben, die euch vielleicht ein bisschen verwirrt hätten. Deswegen fangen wir jetzt einfach nochmal neu an. Ich nerve euch nochmal mit Vaband-Content und wir machen heute bei mir am Auto weiter. Mit was, warum, wieso, weshalb? Gleich nach dem Intro, vielleicht schafft ihr es ja noch, solange dran zu bleiben. Und zwar erstmal vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Meinungen zum Thema 3 Zoll Außenbett ohne Sturz oder 3,5 Zoll mit Sturz. Ich bin tatsächlich nach wie vor hin und her gerissen. Es war auch ungefähr 50-50 diese ganze Geschichte, zumindest ist es so ausgegangen und hat mir in meiner Entscheidungsfindung nur so viel gebracht, als dass ich jetzt mittlerweile weiß, dass sehr, sehr viele von euch wahrscheinlich genauso hin und her gerissen sind wie ich. Zu dem Thema nochmal, was ich mit dem Daily-Thema gemeint habe. Mir jetzt einfach da drum. Mir ist schon klar, dass das kein Daily-Auto wird oder ist oder was auch immer, mit dem ich hier 3000 Kilometer im Monat schrubbe. Das ist mir vollkommen klar. Aber, wenn es mich wie vor zwei Jahren einfach an den Kopf kommt und ich vom Treffen von Erichs Erben hier 260 Kilometer nach Hause fahren will mit dem Auto, dann will ich das machen und da will ich nicht vorher gucken, wie doll ist der Reifen auf der Innenseite abgefahren. Oder, wenn ich jetzt am Wochenende mal doch eine Runde an der Eisdiele drehen will, will ich halt nicht vorher erstmal dreimal checken, ob wirklich an dem Auto, Thema Reifensturz, dies, das, dralala, alles so 100% ist, dass ich auch ruhig in gewissens fahren kann. Ihr wisst, es hat schon den einen oder anderen mit geplatzten Reifen erwischt, ob das jetzt immer am Sturz lag oder nicht. Das will ich nicht mir anmaßen zu sagen, aber es gibt solche Fälle. Und ihr wisst, da sterbe ich, wenn das Auto hier einen Arsch hoch macht. Und das will ich nicht und daher kam so ein bisschen der Gedanke. Und nochmal zu dem Hintergrund, was ich eigentlich damit sagen wollte. Man sieht auch, das kann ich euch kurz nochmal zeigen hier, auch ganz deutlich, wie viel Auflagefläche dieser Reifen tatsächlich hat. Also es ist gerade so, vielleicht Müh über 50%, was hier die Straße berührt. Also es ist tatsächlich nicht jetzt irgendwie nur eine Lappalie oder sowas, von der wir hier reden. Wie gesagt, ich bin ja mit kleiner Sturzkorrektur und demselben Reifen, selber Felgengröße, mit Gerald bis an Gardasee und zurückgekommen. Und die Reifen sehen heute auch immer noch gut aus. Aber wie gesagt, man lernt ja so ein bisschen dazu. Bei der Hinterachsthematik. Die einige Fleischen unter euch werden das vielleicht schon sehen, dass hier jetzt eine andere Scheibe dran ist, als ursprünglich mal geplant. Und zwar gab es Leute, die der Meinung sind, dass die Hinterachsbremse mit Firma 100 und diesen Schrägrollenlagern, ja, also die Variante, die ich bei mir auch verkaufe, schmaler ist, als die Variante, die ihr mit mir zusammen hier schon mal dran gebaut habt, nämlich mit dem Kompaktlager. Also war für mich der nächste Hoffnungsschimmer, dass ich vielleicht doch mein 3,5 Zoll Bett und keine Sturzkorrektur hier irgendwie unterkriege, wenn wir mit dieser Scheinbremsvariante tatsächlich nochmal, ich weiß nicht, ein paar Millimeter hier einsparen. Jetzt habe ich alles in mühevoller Kleinarbeit hier nochmal zusammengebaut und zusammengeschustert. Wir werden das an einer anderen Stelle nochmal gemeinsam machen, deswegen habe ich euch da jetzt nicht mitgenommen. Und siehe da, es ist genau das Gleiche. Also ich kann euch jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, egal welche Scheinbrems-Hinterachsvariante ihr aufbauen wollt, sie sind alle gleich breit. Maximal Nuancen, ich habe aber hier bei mir keine erkennen können. Genau aus dem Grund bauen wir das wieder ab und das Thema mit den Kompaktlager dann auch wieder entsprechend hier dran. Die Bremssättel haben wir schon mal lackiert. Da hat sich der Lack leider noch nicht so ganz mit der Geschichte vertragen, wie wir das wollten. Das heißt, die sind leider immer noch nicht fertig. Trotzdem muss ich aber jetzt hier weiterkommen, damit wir es zum Low-DDR-Meeting schaffen, dass das Auto fahr- und einsatzbereit hier dort aufs Treffen kann. So, jetzt liebe Freunde, müsst ihr wirklich stark sein. Denn die Firma Aluschein in Grumba, das sind meine Haus- und Hoffreunde, wenn es darum geht, Sachen zu pulvern oder eben Hochglanz zu verdichten. Die Felgen vom 353 hat man ja schon dort und so weiter. Die haben wirklich Gas gegeben, auch jetzt in der Urlaubszeit, dass eben die Sterne, die ich vorher drauf hatte, entsprechend hier fertig werden zu dem Treffen. So, die gute Nachricht ist, sie sind fertig geworden. Die schlechte Nachricht sage ich euch gleich. Aber solltet ihr jetzt empfindliches Glied haben, dann würde ich jetzt an eurer Stelle abschalten. Denn ich präsentiere euch die hochglanzverdichteten Dr. Sterne im Firma 100. So, wie ich sie mir schon immer vorgestellt habe. So, herrlicher Überfall auf dem Eislaufwandel, wie ich finde. Ich kann das Rad auch noch mal ganz kurz ein bisschen drehen vielleicht, für euch, dass ihr mal seht, was hier auch so eine Sache ist. Ähm, genau. Und habe die halt abgeholt. Wunderbar. Ich bin zufrieden, wie immer. Wie gesagt, Jungs, danke, dass es so schnell und so Hals über Kopf doch noch irgendwie geklappt hat. Aber, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera halt so rüberkommt. Denn, die Betten sind selbstverständlich poliert und die Sterne hochglanzverdichtet. Im Moment, das sagt mir aber nur mein Gefühl, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, ist halt der Stern ein bisschen glitzeriger als das Bett. Was ja auch in Anführungszeichen Sinn macht. Wäre ja auch krass, wenn es nicht so wäre. Und das ist ja jetzt so ein bisschen ein Zustand, wo ich eben sage, 100% wäre es jetzt, wenn wir auch die Betten da noch mal zu Aluschein nehmen und auch die Betten hochglanzverdichten lassen. Vor dem Treffen jetzt von Ostblock MV schaffen wir das aber auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, was ich mache. Ob ich jetzt einfach mal einen Satz hier zusammenbaue, Reifen drauf, blablabla, dass wir zu dem Treffen die beiden hauptsächlich, die es dies Jahr noch sind, noch mal fahren können. Und dann in Ruhe das ganze Thema noch mal machen, aber halt mit vielleicht ein paar anderen Betten. Oder, oder, oder. Weil, ich sage es euch ganz ehrlich, ich würde es tatsächlich irgendwie doch versuchen, im Winter die Pappe, die Mühe rauszuziehen. Ohne die abzumachen. Es soll Leute geben, denen ist das gelungen. Und genug, denen ist es nicht gelungen. Aber mit der richtigen Vorbereitung könnte ich mir vorstellen, schaffen wir das vielleicht irgendwie. Weil ich eben einfach das gerne so will, dass das fette Bett drauf ist, aber mit der Sturzgeschichte trotzdem vernünftig ist. Ich tendiere aber tatsächlich, das jetzt für den ersten Schritt halt so zu machen, dass wir einfach das 3 Zoll Bett drauf schrauben, die Felgen zusammenbauen, Reifen drauf machen, Sturz rausnehmen, erst mal fahren, die paar Monate, Wochen, die jetzt dieses Jahr noch hat. Und parallel dazu lasse ich eben die 3,5 Zoll Betten noch mal hochglanz verdichten. Dann kann die ganze Geschichte im Winter noch mal zusammengebaut werden. Und wir können uns noch mal mit diesem Thema, weil das haben wir ja auch noch nicht zusammen gemacht, noch mal gemeinsam beschäftigen. Bevor wir das jetzt aber alles machen, wie gesagt, muss die Hinterachse erst vernünftig rein, komplettiert und fertig gemacht werden. Stahlflexleitungen müssten nur hinkommen. Eine Vorderachse müssen wir ja auch noch machen. Da habe ich aus meinem Convolutius Maximus schon mal eine gepulverte Vorderachse liegen gehabt. Die baue ich dann entsprechend auf. Wie gesagt, so viel können wir da ja leider auch nicht machen, weil eben wie gesagt die Sättel noch nicht so weit sind. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen auch noch ein bisschen was aufreiben hier und so weiter und so fort. Also das muss ja auf jeden Fall gemacht werden. So, und das ist so ein bisschen das Ziel heute. Wir bauen vielleicht mal eine Felge gemeinsam zusammen, weil ich jetzt wirklich auch die anderen auseinander habe. Das sind ja jetzt die alten Betten. Hier sieht man das auch schön, was ein Flachbett ist. Also wenn hier jetzt der Pflansch dran ist, sieht man ja, dass das Bett hier absolut aalglatt ist. Und das hintere logischerweise auch. Ja, also übertrieben gesagt so. Und hier oben. An der Musterfelge sieht man aber zum Beispiel, dass du ja hier nochmal wie so eine Vertiefung hast. Und die brauchst du, damit du dieses Rad mit einer Maschine vernünftig aufziehen kannst. Die neuen, wie gesagt, Betten, die haben das auch. Sieht man hier ganz schön. Und die 13 Zoll haben das entsprechend nicht. Deswegen musste man oder ich damals den Reifen mitsamt Bett gemeinsam aufziehen, verschrauben und so weiter und so fort. Wer sowas braucht, mit Ventilloch, ohne Ventilloch, kann mich gerne mal anschreiben. Ich habe jetzt quasi acht Betten übrig. Jeweils dreieinhalb Zoll. Die sind auch komplett poliert. Also da habe ich keine Innen- und Außenseite gibt es da nicht. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn da jemand Interesse hat. 13 Zoll wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr bauen. Aber wer da Bock drauf hat, sagt einfach Bescheid. Für alle diejenigen, die aufmerksam dieses Video gerade verfolgt haben, die sehen ja vielleicht, dass eine Kübelkarosse in der IFA-Garage Einzug gehalten hat. Ich habe leider nicht die Platzkapazitäten hier, so eine Geschichten wie andere schwerwiegende YouTuber, in irgendwelchen extra Hallen und Tiefgaragen und so weiter zu verstecken. Deswegen steht das Auto hier und deswegen habt ihr es jetzt auch gesehen. Und bevor da jetzt tausend Fragen in den Kommentaren kommen. Jawohl, das ist mein Kübel. Einer meiner Kübel, der als einer der nächsten Projekte hier in der IFA-Garage in den Mangel genommen wird. Die interessante Geschichte hinter dieser Thematik ist einfach die, dass diese Karosse, die frisch gestrahlt und konserviert aus dem Strahlwerk Deluxe gekommen ist, die ist zum Verkauf steht. Wer also Interesse an so einer Rohkarosse eines originalen Kübels hat, also Papiere sind dabei, Plakette ist dran für diesen Nachweis, dass es eben originaler ist, der kann gerne mal bei Kleinanzeichen vorbeischauen oder mich anrufen, anschreiben. Dann findet ihr den, beziehungsweise können wir da gerne drüber sprechen. Denn, ihr habt das in den einleitenden Worten vielleicht schon ganz kurz gehört, ich habe noch einen. Erst habe ich ewig einen gesucht, keinen gefunden. Jetzt habe ich zwei gefunden und einer muss jetzt logischerweise wieder weg. Das aber wirklich nur ganz kurz für so zwischendurch, dass ihr Bescheid wisst. Transparenz ist ja hier wie die Sau unser Ding, dass wir da ja auch nicht erst anfangen mit rumzaubern und so. Ja, ihr wisst Bescheid. Das ist ja hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber ich glaube, das haben wir noch nicht zusammen gemacht, oder ich weiß, wir haben das hier noch nicht zusammen gemacht. Deswegen ist das für euch vielleicht so ein bisschen interessant, hier auch mal eine dreiteilige Felge zusammen mit mir als Laien, der das jetzt hier, um genau zu sein, zum zweiten Mal in seinem Leben macht, mal mitzumachen. So will ich das mal vorsichtig behaupten. Gut, Akkuwechsel, dann geht's los. Bevor wir jetzt tatsächlich mit der Felge an sich anfangen, die zusammenzubauen, packe ich erst noch mal was drunter. Ich habe hier einen wunderschönen, frisch gewaschenen Bulunder, den packe ich jetzt hier drunter. Auch wenn die Tischdecke noch sauber ist. Ah, richtig schön, frisch gewaschen. Bevor wir quasi damit anfangen, wollte ich euch die ganze Thematik noch mal ganz kurz etwas näher bringen, was die Inhalte dieser dreiteiligen, eigentlich sind es, wenn es so will, vierteiligen Felgen hier anbelangt. Und zwar einmal der Stern itself, dann das Außenbett mit Bohrung fürs Ventilloch, das Innenbett und ein sogenannter Dichtring, der theoretisch die beiden Hälften mit einem Nullring, den zeige ich euch gleich, entsprechend abdichten soll. Plus natürlich die ganzen Schrauben und so weiter. Also, ja, das noch mal so fürs Protokoll. Wir haben, wie gesagt, beide oder alle Geschichten in 3 Zoll. Also, so baue ich es jetzt, um mir jetzt wirklich mal letzte Unklarheiten zu beseitigen. Übergangsweise, ja. So, ich ziehe mir jetzt hier auch ein paar Handschuhe an, ein paar sauberer. Einfach, weil ich nicht will, dass mit irgendwelchen Schweiß oder was weiß ich was hier, gerade diese hochglanzverdichtete Geschichte hier in einer Form leidet. So, deswegen gebe ich mir da jetzt auch besonders viel Mühe. Deswegen sind wir auch jetzt hier reinjagen. Vater hat sich extra die Hände gewaschen und so weiter. Und jetzt müssen wir das bisschen mit hier, Uffet hätte ich fast gesagt, das ganze Thema hier über die Bühne bringen. Nämlich, wir fangen an mit diesem Dichtring. Wie gesagt, ganz günstig. Alles an den Felgen ist hier ganz, ganz günstig. Die Dichtgummis, ja doch, die sind tatsächlich günstig. Die sind ja auch nicht so teuer. Aber fragt nicht nach so einem Felgenring oder überhaupt nach so einer Felge an sich. Das Schöne hier ist, der hat in der Mitte eine kleine Nut. Und diese Dichtringe entsprechend auch. Sodass die hier wunderbar auf diese Geschichte, auf diesen Adapterring hier drauf kommen. Ich wollte, wie gesagt, nur noch mal nicht unerwähnt lassen, dass ich diese Thematik hier, wie gesagt, genau zum zweiten Mal in meinem Leben mache. Einmal mit den 13 Zoll, die ihr ja kennt mit dem Stern. Und jetzt diese ganze Geschichte noch mal mit den 15 Zoll. Jetzt gucke ich noch mal, dass der überall auch wirklich richtig sitzt. Und dann packe ich mir mal hier das Bett hier hin. Und dann seht ihr auch schon, wie das Ganze hier funktioniert, ja. Also der Dichtringlicht dann jetzt hier quasi auf. Jetzt, weil ich finde, dass das so einem Gummi nicht schadet, würde ich diesen Gummi ein bisschen fetten, ja. Also ich will es jetzt hier nicht übertreiben, wir wollen keine Vorderachse abschmieren, ne. Aber ich mache das auch mal eher neben dem Pullover. Ich denke, das macht man ja bei so Gummi jetzt auch, wie bei jetzt zum Beispiel Ölfilter oder so beim Viertaktor, ja. Fettet man ja oder ölt man ja diesen Nullring vom Ölfilterhäuser auch immer. Und da würde ich jetzt behaupten, wie gesagt, wenn wir hier ein bisschen mit Bedacht vorgehen, ist das vielleicht für diesen Dichtring, für diesen Nullring auch nicht so das Allerverkehrteste, wenn der ein bisschen geschmeidiger für unser Vorhaben ist. Jetzt esse ich meinen Handschuh, habe mir dabei als Fett ins Gesicht geschmiert. So, und den lege ich jetzt schon mal hier so auf. Jetzt ziehe ich den anderen Handschuh aus. So, jetzt machen wir das hier drauf. Wo sind die Löcher, hier? So. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen hier. Zwei Schrauben rein. Ich mache jetzt wirklich, im ersten Schritt war so ein, also an der Seite jeweils und hier hier hinüberliegend. Ich habe irgendwo mal gelesen, man muss gar nicht überkreuzt die ganze Geschichte machen. Aber irgendwie habe ich da ein besseres Gefühl bei der Geschichte. Und deswegen mache ich das jetzt zumindest für den Anfang so. Ich habe auch den Akkuschrauber auf hier überhaupt nicht tolle gestellt. Also es ist erstmal wirklich nur geheftet. Aber jetzt so grob, so sieht das Handschuh-Thema gleich aus. Ich die ganze Geschichte hier erstmal zusammenschrauben kann, damit wir so eine Grundfestigkeit der Felge einfach hier erreichen. So eine Geschichte hier braucht auch tatsächlich keine 25.000 Newtonmeter. Es reichen, glaube ich, so unter 25.000 Newtonmeter. Da lese ich nochmal genau, da gucke ich gleich nochmal genau, wie viel das waren. Ich habe jetzt jedenfalls den Akkuschrauber mal so, wie gesagt, auf Ende der kleineren Stufen gestellt. Und damit habe ich erstmal eine grobe Vormontage der Felge gemacht. Gut, also ich habe gerade nochmal mit der Felgenbauer gesprochen. Wir haben erstmal bis hierhin alles richtig gemacht. Also die ersten vier überkreuz. Gut, ich habe achte gemacht überkreuz. Damit haben wir erstmal eine grobe Geschichte so richtig. Und jetzt machen wir immer so die Felder gegenüber. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann sind wir fertig. Und das mit den 25 Newtonmetern war von der Sache her auch richtig. So viel ist es eigentlich auch nicht. Man muss halt nur die Schritte relativ häufig wiederholen. Vor allem, wenn laufend das Telefon klingelt. Sehr schön. Und damit, wie gesagt, der Gummi hier auch nicht zerknetscht oder was auch immer. Hat sich hier schön reingelegt. Finde ist gut. So, wie gesagt, das lasse ich dann aber von Theo machen. Weil der hier für diese Geschichten irgendwie eine feinere Hand als ich hat. Also für dieses Abdichten hier ringsherum. Wir sind fertig. Ich denke auch, das ist schön. Seht ihr das? Seht ihr das? Look at you jetzt. Muss ich ja den ganzen Schmarrn jetzt noch dreimal machen. Und da verriert ja noch ein bisschen Zeit. Das mache ich alles ohne Kamera. Deswegen, das geht dann alles ein bisschen schneller. Und ihr seid dann quasi dabei. Wenn wir einfach dann irgendwann zum Low-DDR-Meeting oder wann auch immer. Davor, danach, was auch immer. Richtig fetten Porn machen. Mit diesen Rädern, den lackierten Sätteln. Alles fix und fertig. Wunderschönes Auto. Ehrlicher Schmärterling, wenn er ist, was ich meine. Und dann haben wir es. Ich bedanke mich für's Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt also auch dieses Thema mal gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Mein Gesicht ist voller Glanz, wenn ihr das hier seht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn eine neue Folge von Thomas Iber Garage kommt. Also Freunde, bis dahin. Bis dann. Bis dann gleich. Bis dann. Bis dann. Wenn wir always looking for more Wenn wir always looking for more Wenn wir always looking for more Bis zum nächsten Mal.